Hallo Leute, in meinem heutigen Video möchte ich euch gerne drei Dressings vorstellen, die für den Herbst und Winter sehr gut geeignet sind. Viel Spaß beim Zuschauen! Eines der bekanntesten Herbst-Winter-Dressings ist das Kartoffeldressing. Dafür verwende ich mehlig kochende Kartoffeln. Die werden in Salzwasser abgekocht, noch ein bisschen Kümmel mit rein und dann geschält, also als Pellkartoffeln. Ich habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die werden gleich geschält und dann presse ich die mit einer Kartoffelpresse in eine Schüssel. Die Kartoffeln sollten am besten heiß gepellt werden, denn dann binden sie noch richtig schön und lassen sich auch viel leichter schälen, wie wenn sie schon kalt sind. Das kennt man zum Beispiel von Bratkartoffeln, die lassen sich kalt auch besser schneiden. Die heißen Kartoffeln lassen sich auch besser durchdrücken. Den Fond mache ich mir auch nochmal warm. Dafür verwende ich ein bisschen Essiggurkenfond, Gemüsefond, etwas Senf, und Balsamico-Essig. Den Fond stelle ich mir jetzt noch auf den Herd, ein bisschen Salz und Pfeffer dran und mache mir den schön heiß. Dann bindet er sich nachher besser mit den heißen Kartoffeln und die Soße wird ein bisschen cremiger, sämiger. So, einmal warm machen. So, der Fond ist heiß, der muss nicht unbedingt kochen, einfach nur, dass er schön warm ist. Und dann wird er in die Kartoffelmasse reingerührt, bis es so eine schöne, sämige Soße ist. Und das Kartoffeldressing, das schmeckt nachher auch am besten, wenn es noch, wenn es schön warm ist. Ganz kalt schmeckt es nicht wirklich, also es sollte schon noch ein bisschen warm sein. So, das haben wir schon mal. Dann kommt noch ein Schluss Schluck Öl rein. Normales Pflanzenöl, da können wir Sonnenblumenöl, Rapsöl, was auch immer nehmen. So, jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Und Petersilie und Schnittlauch habe ich hier noch. Und dann haben wir das Kartoffeldressing schon mal fertig. Ganz einfach eigentlich. Und als nächstes wagen wir uns ans Orangendressing. Dafür brauche ich Orangen, beziehungsweise den Saft von Orange, also Orangensaft. Dann verwende ich noch Orangenmarmelade. Die gibt dem Ganzen eine schöne Säure und vor allen Dingen sind hier noch Orangensesten mit drin. Und das gibt so den richtigen Kick, finde ich. Dann kommt noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze verrühren wir jetzt ein bisschen, bis sich die Marmelade aufgelöst hat. Könnt ihr es auch gerade mit dem Stabmixer machen. Das geht noch einfacher. Und durch die Marmelade hat die auch schon eine gewisse Süße, also eine Süße und eine Säure, so eine leichte Bitterkeit auch. Und das schmeckt ganz lecker. Dann mache ich noch ein bisschen Schmand mit rein. Das ist jetzt für die Cremigkeit. Und dann kommt noch ein kleiner Schuss geröstetes Sesamöl dazu. Nicht zu viel, weil das ist sehr, sehr intensiv. Und dann schmeckt man nachher nichts mehr von der Orange. Zusammen mit Salat schmeckt das dann wirklich sehr fruchtig und lecker. Einfach mal ausprobieren. Apropos ausprobieren. Das Rezept für die ganzen Dressings. Da findet ihr unten einen Link zu meiner neu erstellten Webseite. Und da habe ich euch das komplette Rezept für die einzelnen Dressings, weil es kommt ja noch eins, zusammengeschrieben, auch mit Anleitung, wie man sie macht. Und da könnt ihr auch die Personenzahl eingeben, für die ihr sie braucht. Und könnt das dann ausdrucken und wunderbar zu Hause nachmachen. Gut, das Orangendressing ist fertig. Eins noch. Nachher werde ich mir noch ein paar Orangenfilets schneiden und die mit unter den Salat mischen. Das sieht dann auch noch lecker aus und fruchtig. Also kommt ganz gut. Und als drittes kommt noch das Walnussdressing. Dafür verwende ich ein bisschen Gemüsefond. Auch wieder ein bisschen Balsamico-Essig. Und dann Salz. Pfeffer. Da drunter rühre ich mir ein bisschen was von dem Walnussöl. Und die Nüsse, die werde ich mir gleich noch schälen und dann kurz im Ofen anrösten. Dann geben die einen schönen, intensiven Geschmack. Die werde ich dann grob hacken und die kommen auch noch mit rein. Und dann ist das Walnussdressing auch schon fertig. Gut. Eigentlich nichts sehr aufwendiges. Das lässt sich alles sehr einfach nachmachen. Finde ich. Wenn es nicht so ist, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann lasse ich mir noch ein paar Dressings einfallen, die noch einfacher gehen. Gut. Dann noch kurz zur Verwendung der Dressings. Also das Kartoffeldressing. Das ist ja sehr bekannt für den Feldsalat. Vielleicht noch ein bisschen Speck und Croutons mit dazu. Hervorragend. Und wo es auch noch gut schmeckt, ist Endivien-Salat. Auch sehr lecker. Dann das Orangendressing. Das würde ich für, wenn ihr jetzt zum Beispiel Wild in der Vorspeise habt, dann passt das sehr gut zum Salat. Passt auch zu Rucola oder auch sehr lecker zum Chicorée-Salat, weil der auch eine gewisse Säure hat. Und das Walnussdressing, das schmeckt sehr lecker zu Kalbsbries. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, da ranzukommen, gebackene Kalbsbries. Hervorragend. Und allgemein zu Salaten passt es auch sehr gut. Das waren jetzt die drei Salatdressings, die ich für den Winter eigentlich immer ganz lecker finde. Wenn ihr auch ein paar Salatdressings habt, die zu der Jahreszeit passen, einfach unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Eventuell, wenn es was Ausgefallenes ist, vielleicht sogar mit Rezept. Ich werde mir jetzt noch einen schönen, leckeren Salat machen. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen. Vielen Dank.